Deutsch lernen durch Hören Das Leben mit Neugeborenen Peter wacht auf. Seine Frau liegt neben ihm und schläft tief. Er hört, wie das Baby schreit. Müde steht er auf und zieht seine Hausschuhe an. Leise geht er in das Kinderzimmer, wo das Baby schläft. Es schreit und schreit. Peter hebt es hoch und schaukelt es hin und her. Das Baby schreit immer noch. Peter nimmt es mit in die Küche. Vielleicht hat es Hunger. Er macht eine Flasche Milch warm und gibt es dem Kind. Sofort ist das Kind leise und genießt die Milch. Das Baby ist satt und Peter ist müde. Er legt es zurück in das Kinderbett und geht wieder schlafen. Peter träumt von Aliens, die auf der Erde landen. Plötzlich hört er, wie ein Alien beginnt heftig zu schreien und wacht auf. Es ist wieder das Neugeborene. Peters Frau ist auch aufgewacht. Sie geht in das Kinderzimmer und hebt das Baby hoch. Plötzlich muss sich das Baby übergeben und Peters Frau fragt Peter, ob er ihr ein neues T-Shirt bringen kann. Peter steht auf und trägt die Kleidung in das Kinderzimmer. Bald ist es ruhig und die Familie legt sich wieder ins Bett. Um 6 Uhr morgens hören die Eltern das Baby wieder schreien. Sie wissen, dass es aufstehen will. Draußen geht die Sonne bereits auf. Peter und seine Frau sind erschöpft. Immer wieder mussten sie in der Nacht aufstehen, weil das Baby sie brauchte. Müde bereiten sie das Frühstück vor. Das Baby sitzt auf Peters Schoß und spielt mit dem Löffel. Seine Mutter streichelt den Kopf des Kindes. In diesem Moment schaut das Baby zu Peter hoch und sagt, P-Papa. Peter ist ganz erstaunt. Er hat Tränen in den Augen. Das Leben mit einem Neugeborenen ist anstrengend, aber auch so schön. Deutsch lernen durch Hören Musik und das Problem einzuschlafen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020